Und, zu wem ist der Wagen? Wir haben hier ständig hohen 510 Besucher. V6. Ich plane ein oder zwei kleine Willkommensgeschenke. Spiel das Gäste. Was ist mit dem V8? Kommt ihr auch mal? Auch nicht. Aber wenn ich mein V4 habe... Wir fähren Zug, wir fähren Zug. Schau mal, ich komme hier nicht durch. Wenn man zu schnell ist.